Wir unterscheiden grob zwei Bereiche. Wir unterscheiden einmal den Fertigungsbereich. Sie sehen gleich, warum wir diese Unterscheidung treffen. Fertigungsbereich und das andere Planungs- und Kontrollarbeiten. Sozusagen alles andere. Der Fertigungsbereich wird hier gewissermaßen in der Betrachtung separiert. Planungs- und Kontrollarbeiten ist sozusagen alles Übrige. Im Fertigungsbereich hilft man sich durch Maschinenbelegungspläne. Durch Maschinenbelegungspläne. Hilfe durch, bei dem Pfeil geht es runter. Hilfe durch, nee, nicht da, sondern links daneben. Sie haben notiert, Fertigungsbereich links, darunter ist ein Pfeil. Und unter darunter schreiben wir einfach aber links. Maschinenbelegungspläne. Denn die Fertigung muss auch planen. Und die Fertigung setzt diese Planung um in sogenannte Maschinenbelegungspläne. Und Maschinenbelegungspläne bedeutet, diese Leute werden an diesen Maschinen eingesetzt. Und das kann eine Hilfe sein. Nicht, dass die Fertigung plötzlich weiß, was in der Zukunft passiert. Aber die haben sich vorher schon daran getastet. Die haben vielleicht irgendwelche Angaben vom Marketing. Wie viel werdet ihr verkaufen? Aha, so viel werden wir dann produzieren. Aha, das bedeutet so und so viele Leute. Ja, also vielleicht kann uns das helfen. Bei Planungs- und Kontrollarbeiten helfen wir uns mit Kennzahlen. Mit Kennzahlen. Das ist also die Antwort. Beides ist Stochern mit der Stange im Nebel. Muss uns immer klar sein. Wir stochern immer mit der Stange im Nebel. Aber wir haben wenigstens Stangen. Das sind die Kennzahlen. Zum Beispiel, ein Buchhalter kann so und so viele Buchungssätze bewältigen in einer bestimmten Zeiteinheit. Wenn wir jetzt mehr verkaufen, werden wir so und so viele mehr Buchungssätze haben. Werden wir so und so viele mehr Buchhalter brauchen. Das sind Kennzahlen, mit deren Hilfe wir uns da rantasten. Wir müssen Stochern mit der Stange im Nebel, aber immerhin wir haben Stein.